so ein neustart schein wohl geholfen ja das ging ja schon flott blöd ruckelt das auch weg da brav habe ich ja noch das sehe kann ich mir glaube ich noch einen heiltrank machen kann ich irgendwas aufwerten auch nicht hier fehlt halt nur die grüne magie noch was brauche ich für die grüne magie jede menge felsengras so so gut das konnte ich nicht machen da war ja nichts aktuell glaube ich auch an der story liegt dass wir da jetzt nichts machen können was ein bisschen schade ist das finde ich ein bisschen zu hatten cut diesen den sie da machen ich hätte schöner gefunden wenn wir jetzt noch so ein bisschen die möglichkeit hätten und nicht dass wir jetzt so eingeworfen werden und das andere sachen gesperrt sind so 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 Wir sind schon da, dann gucken wir noch mal kurz, das, ach ne Quatsch, das können wir ja so auslassen. Hier können wir nämlich nicht kämpfen drinnen, und hier können wir doch, ja Explosionsschuss sieht gut aus, äh, was habe ich hier drinnen, da lege ich mir mal lieber den, so, mein Feuerschwerter und das, ja, das sieht gut aus. Hier haben wir den Mantel und da benutze ich aber mal lieber den Einzelschuss, ja, was war das noch? Achso, das ist dieser Doppelgänger. Ja, ja, komm. Die wollen wir da lang. Ja, was ist jetzt? Es ist Zeit, das Richtige zu tun. Es ist Zeit, meine Kräfte zu nutzen. Für Ethia. Und das wirst du. Du bist eine Tanta. Die Kraft schlummert in dir. Und auch deine Mutter steht dir bei. Okay. Sorry, Alma. Gehen wir es an. Ich hoffe ja, dass wir am Ende der Wesen nach Rom erholen können. Ich hoffe ja, dass wir am Ende der Wesen nach Rom erholen können. Nun bringen wir das Ganze zu Ende. Menschen von Siport, elende Kreaturen erkehrt. Eure Zeit ist ertoben! Wir müssen helfen! Ich räume hier auf. Lenk du den Mistkerl ab! Ich räume hier auf. 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 Sie müssen uns schützen. Und was wollen die denn? Ähm, einfach nicht. Feuer, oder? Ja. Du blödes Krokodil, komm her! Ja, komm her! Du blödes Krokodil! Na also! Oho! Okay! Yep! Volltreffer! Ha! Aha! Okay! 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 Um... What? Das war's. 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 du mal so richtig weg ach ja wieso klingst du denn dann so dies ist das ende hat er mir selber wirklich nicht mehr zu wie ich bin 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 du solltest wegrennen du solltest wegrennen Ja. Sofort stehen bleiben. Boah, den muss ich wirklich auszünden. Das war so ein beschissener Angriff. Mist. 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 Ich nicht aufwand, warum laust du, wenn es da ein Einträum 4? Ah, der, uah! Ich will dich leiden sehen! Du bist doch der, der hier leidet, nicht ich. Du bist doch der, der hier leidet, nicht ich. Du bist doch der, der hier leidet, nicht ich. Es ist noch nicht vorbei. Los, jetzt komm schon runter. Ich bin stur, schon vergessen? Das weißt du besser als jeder andere. Oh, jetzt komm, schieß nochmal. Ich muss nah ran kommen und ihn dann sauf gehen. Oh, wie soll ich da näher ran kommen? Ich könnte höchstens... Du darfst vernichtet werden! Du darfst vernichtet werden! Du darfst nicht mesh quanto auf den Kopf! Du darfst. Du darfst. Da hast du keinen Ideen für mich, und du darfst. Oder wie soll ich die Reise haben? Du darfst. Kassier. Du darfst. Noch hast du mich nicht besiegt. Nein. Können wir nicht. Die Wache ist mein. Das wirst du büßt, friend. Nein, du wirst büßt, ich bin. Sorry. Ich lass dich, Sir Paul, nicht zerstören. Können wir uns jetzt bitte wieder zusammenstampfen, damit wir wieder einen Armreif haben? Also kurz durch eine Brasilerin, da wird wieder ein Armreif aus und dann haben wir wieder wieder einen Kompass. Ja, das kommt häufig vor. Nicht viele Leute sehen mein... Nein, meine Wut und Verbitterung. Aber ich seh deine. Du bist sauer auf die Tantes. Du würdest alles tun, die sich zurecht. Und es stört dich nicht, wenn Unschuldige dafür sterben müssen. Was mich stört, ist mich von der Wand. Ich habe einen Auftrag. Und auf der Regel müssen wir erfüllen. Ich habe dein Bullshit so dermaßen, sagst du bist verantwortlich für dein Handeln. Ich kann mit den Autos schützen. Ich bin mit dem Spenden und Klassik. Aber ich habe dich zuerst auch überstanden. Aber ich habe mich mit dem Kopf gesucht. Aber ich habe mich überall schon wieder zu tun. Aber hier endet dein Weg. Ich zertrete dich wie einen Wurm! Eine Zeit, um endlich zu Ende. Oder auf allerhöchste Zeit. Das war's für heute. Du wirst mir nicht ein Klammeln! Das will doch auch immer mal leiden wird. Du wirst mir nicht ein Klammeln! Du wirst mir nicht ein Klammeln. Oh yeah! Oh yeah! die gesundheit gerechtlichkeit ist mir scheißegal ich will dir einfach nur in den hintern treten ich wurde geboren um fda zu vernichten seine bewohner seine tatas alle müssen sterben ja ich angrafe nur luft Aber ich werde es wieder gut machen. Und dich aufhalten. Kommst du da runter. Verdammte Sch... Er kann irgendwie nur, dass er wegdruckt wird. Kommst du da runter. Kommst du da runter. Kommst du da runter. Kommst du hier näher. Kommst du genau richtig zum Buskampf. Das ist der Spast. Wo ist der? Er ist zäh. Er ist halt ziemlich zäh. Er zieht sich halt, ne? Wie die Hölle. Das ist der Nachteil. Leider die, äh, die schwächste Kraft ist leider die beste bei ihm. Was ist denn der jetzt? Ja klar, der versteckt sich wieder Kilometer entfernt, oder was? Kann er mich verarschen? Fuck! Oh, komm schon! Okay, jetzt versucht das mit was Neuem, oder was? Oh, noch mal ran hier, Junge! Wo ist der? Der versteht doch. Das hat mich auch so ein bisschen geärgert. Du kriegst jetzt die neue Fähigkeit, kannst aber nicht mehr rumlaufen, dass du es noch leveln kannst, vernünftig. Mist! Da holt der auch noch genau ab. Na komm, wo bin ich denn? Was soll denn jetzt? Ich geh jetzt nicht auf! Du Ralf, ich hab mein Job angeboten für dich. Willst du dich nicht nochmal überlegen? Nein! Warum? Warum schlägst du noch? Weil die Leute sich auf mich verlassen. Kannst du es spüren, Ralf? Den Anfang vom Ende? Hm? Wir werden sehen, wer übrig bleibt. Warum bestehst du darauf, mich dem Unausfeindlichen zu widersetzen? Warum bestehst du drauf, alles in Trümmer zu legen? Sag dir doch! Es ist mein Daseins Zweck! Aber willst du das auch wirklich? Sei verflucht, Tante! Bringen wir es zu! Wenn alles vorbei ist, werde nur ich übrig sein! Nein! Ich darf dich verlieren! Ich hab mich jetzt aber nicht erwarten hättet, oder? What the fuck! Das ist ja nicht meine Ausweichmöglichkeit gehabt! Was war das denn? Ich habe dich unterscheidzt! Und nochmal! Toll! Das ist ja nicht mehr Abweichmöglichkeit! OH! Wahh! Oh! 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 Ich bin in Trümmer hier. Oh! Oh! Unberineie sch Caroline, Ich weiß nicht! Jetzt nicht auf! Auf allerhöchste Zeit! Oh, komm schon! Lass dich nicht enttäuschen! Hey! Glaubst du, dein Sieg wird für Gerechtigkeit sorgen? Vielleicht! Gerechtigkeit ist mir scheißegal! Ich will dir einfach nur in den Hintern treten! Ich wurde geboren! Um Ethia zu vernichten! Seine Bewohner! Seine Taktas! Alle Fisch gesperrt! Ha! Du wirst mir nicht entkommen! Bist du bereit? Dann willst du mich das mal fragen! Dann willst du mich das mal fragen! Wie viele hast du getötet? Hä? Zu viele! Aber ich werd's wieder gut machen! Und dich aufhalten! Na also! Ja! 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 Ich lass mich nicht ... Och, lass mich doch mal hier für euch! Ja! Ja! Ich lass mich doch mal hier für euch! Das ist ein bisschen doof einzuschätzen. Das ist ein bisschen doof einzuschätzen, das ist ein bisschen doof einzuschätzen. 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 Das ist ein bisschen doof. 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 Das will doch bloß mal ein bisschen Abstand gewinnen. Das ist ein bisschen doof. 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 Was ist der? Was der halt aus der Ult raus kann ey. Das ärgert mich am meisten. Ja. Da spaziert er auch noch allen Ernstes raus. Die sind schon ein bisschen fies. Na warte mal, ich habe ja meine zwei Guppies hier auch noch, ne? Dein Tod ist unausweichlich. Die interessieren den halt gar nicht, ne? Das war's für heute, oder? Ich habe ja nicht auf den Weg gesehen, aber ich habe auch noch eine Ausnahme von dem Modell, wo ich durch die Blumen und die Blumen. Das war's für heute. Das ist gut, wie ich mir das Problem. Ich hab noch mal dabei. Ich hab noch mal dabei. Ich hab noch nicht mehr dabei. Ich hab noch mal dabei. Glaubst du, dein Sieg wird für Gerechtigkeitssachen? Gerechtigkeit ist mir scheißegal. Ja, ich weiß, wer gerade gut ist. Ich wurde geboren, um F.E.A. zu vernichten, seine Bewohner, seine Taktas, alle Wissen schütteln. Oh, jetzt hab ich mal richtig erwischt. Ja. 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 Ja, ja. Wir müssen nicht examen! Stark bleiben! Bist du bereit? F*****! Oh yeah! Ok! Oh yeah! Oh yeah! ja genau in dem moment wurde aufgeladen hast du denn auch immer schon wo am weg teleportieren das ist ein bisschen nervig und schon kann man jetzt nicht so schwer sind aber das ist schon mal einigermaßen durch bricht wenn du mich in ruhe lassen du kämpfen lassen würde es denn da muss schon fertig warum geht das nicht durch habe ich nicht immer würde das er reißt dich raus aus dem kampf du willst du doch nicht wo du wirst jetzt weg den anfang vom ende er auf damit und kommen da runter du arsch ich habe die ganze zeit versuch wegzulassen aber ich will nicht das wer das ding kommt ich weiß nicht ich habe irgendwie keine chance ich kann nichts machen ich habe jetzt versucht zu teleportieren heilen nichts geht das kommt häufig vor nicht viele leute sehen meine wut und verbitterung aber ich sehe deine du bist sauer auf die tantas du würdest alles tun sich zurecht und es stört dich nicht wenn unschuldige dafür sterben was mich schläft ich habe einen auftrag und auch mein geländnis erfüllt hier noch all die du bist verantwortlich für dein handel hier 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 Oh mein Gott. Sieh! Nicht enttäuschen! So weit. Das ist also gekommen. Ehrlich gesagt, bin ich verrascht. Aber hier ist es ein Weg. Palabra, Palabra, komm, kennen wir schon. Weiß mich jetzt hier nicht raus. Wo ist der? Endlich wird meine Zeit im Ende des Endes. Über auch allerhöchste Zeit. Oh, Junge! Ich zertrete dich wie einen Wurm. Nein. Ich darf nicht verlieren. Nein. Oh! Oh, oh. Ich werde nichts vertreiben. Okay. So ist er. Ja, ja, jetzt nerven wir nicht. Ich werde nichts vertreiben. Also. Du, das wäre nicht ein Kabel. Ich gehe jetzt nicht auf. Ja, komm, wo springen wir den Scheiß? Ich habe es oft die noch hier. Ich wurde geboren, um es ja zu vernichten. Seine Bewohner. Ja. Wir haben es verstanden. Das finde ich immer ein bisschen nervig, wenn dich so Bosskämpfe so mit so einer Scheiß rausreißen. Sorry, aber du bist mittendrin. Hast du vielleicht gerade einen Weg, wo du in einigermaßen unter Kontrolle hast, da musst du mich so was rausgerissen. Du kämpfst für was Gute? Wie viele hast du getötet? Zu viel. Aber ich werde es wieder gut machen und dich aufhalten. Oh Mann, ey. Wie? Muss ich doch einen Weg durchgehen. Warum nimmst du dafür so viel in Kopf? Weil ich dir die Freude am Sieg nicht gönne. Oh. Mist. Ja. 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 Und warum geht das Teleportieren immer nur nach oben? Ja und jetzt ist er natürlich wieder weg. Ist das nervig. Das ist so ein Grund warum ich zum Beispiel sowas wie Dark Souls und so in die Spiele. Weil mir das einfach nur auf den Sack geht, dass die exorbitant schnell reagieren können. Oder wenn du was machen willst, was ja eigentlich effektiv ist gegen die, wie das jetzt hier. Ja hier, man kann es saumschwer einschätzen. Wo ist er durch seine Fliegerei? Und wenn man ihn erwischen würde, dann teleportiert er sich einfach weg. Das ist so... Bitte was? Wozu lernst du den Kram im Spiel, wenn du es denn nicht nutzen kannst? Also ich würde wenigstens verstehen, wenn man das mit Time macht und dann seinen scheiß Angriff denn da beenden kann. Wie es in vielen Spielen ist. Das ist so ein Konto sozusagen, weißt du? Das würde ich verstehen. Aber das ist ja leider nicht gegeben. Jetzt ist er wohl jeem Wasser immun. Oh, leck mich. Und ja, ich habe den Indikator auf seinem Rücken gesehen. Dass der auf dem Rücken das komische Ding, das anzeigt, was man machen soll, benutzen soll gegen ihn. Wie jetzt hier halt Elektro. Aber das sieht man halt so schlecht. Das ist jetzt nicht so, dass man so wirklich einen Indikator hat, sondern musst du hoffen, hey, ist es jetzt das, dass ich damit vielleicht jetzt angreife? Oh, Alter! Bumm, ist er wohl weg. Was hier so weitergeht, gehe ich nämlich noch ein paar Mal drauf bei dem Bosskampf. Ja, danke. Ich habe wieder die Ulti verschwendet. Bis dich, Mann. Lass mich ruhig. Bist du bereit? Warum? Warum stehst du noch? Weil die Leute sich auf mich verlassen. Kannst du es spüren, Reif? Den Anfang vom Ende? Wir werden sehen, wer übrig bleibt. Erbringen wir es zu Ende. Bereit, Reif? Was ist denn jetzt Tacko oder was? Jetzt los. Wenn du mal ein bisschen bist, wenn man wissen würde, was von Pattern die fliehen. So könnte man die ja ausschalten. Oh, doch mal ab, mein... Ja, danke und er hat sich wieder weg-teleportiert. Alle müssen sterben. Aus Äthiomisch weniger als nichts. Nee,なく ... Oh, oh, oh. Oh, was ist jetzt los? Oh, oh, oh. ich habe die ganze zeit aber ich will nicht mehr vor mein problem fliegt und auch nicht was ich jetzt hier mit dem schluss kann noch nicht sinn und jetzt wie wird es den wir doch nicht an jetzt eigentlich schaden kriegst du durch die attacke eigentlich schaden wenn du fliegt das muss eliminiert werden alter hör doch mal mit dem dreck ich will dir etwas zeigen und und Oh, der darf ich mich echt überhaupt nicht mehr treffen lassen, ey. So eine Scheiße. Oh, der darf ich mich nicht mehr machen lassen, ey. Ja komm! Oh Gott sei Dank! Hoffentlich brauchst du das jetzt hoch! Buh, bitte! Es ist ja ein Ding, Frey. Noch das ist Zeit für mich. Geht! Nein! Verz' dich geht! Nein! Nein! Ja seninassen! Du machst jetzt Pling, der fällt zu Boden. Du gehst nirgendwo hin. Und ich auch nicht. Und ich auch nicht. Ich geh ihn aber noch mal nach. Oh Mann, Mann. Nee, aber das ist wirklich so. Mich stört das, wenn man beim Spiel in einem Bosskampf durch sowas rausgerissen wird. Du bist gerade voll am Kämpfen und dann boop, so eine Mini-Cutscene. Das ist, ich weiß nicht. Das habe ich auch bei vielen gesehen, die Ellenring spielen. Das ist bei manchen Bossen ja auch so. Solche Mini-Cutscene sind so doof. Ja, also wenn die hier einen Phasenwechsel haben, das mag ich gar nicht. Ja. Oh Mann, wir haben Wesen geschafft. Und das ist schwer. Ja. Trey! Steh auf, Mädchen. Was wiegst du denn da so faul? Was ist passiert? Tantas Segen, du hast gesiegt. Echt jetzt? Echt jetzt. Au. Nein, Ärzte. Au. 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 No. Au. 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 Da hat man sich eigentlich irgendwann abgewöhnt. Sachen prü zu randomen. Man kann es ja in der Game Engine machen. Aber dann mal so prüranden und das solche Sequenzen immer komplett aneinander hängen sind. Das sollte nämlich sowas hier vermeiden. Dann könnte man nämlich schön im Hintergrund laden. Das hätte jetzt eins sein können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 der Knackpunkt. Nehmen wir andere Rollenspiele wie Skyrim oder sowas. Das ist halt für mich immer das Beste. Da habe ich halt immer noch die Möglichkeit dann trotzdem erstmal weiterzumachen und schiebe den Endboss so ein bisschen vor mir her. Weißt du? Dass ich vielleicht sage, okay, bevor ich mich dem stelle, möchte ich jetzt meine Ausrüstung absolut hoch haben. Möchte ich vielleicht die sauber perfektioniert haben. Alles drum und dran. Das fehlt mir, dieses abrupte, so und jetzt mach. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Und klar, du kannst jetzt weitermachen. Mal gucken, was lädt der hier so lange? Warum hat der so lange Spaßbildschirm? Ist ja in Ordnung. Aber dir fehlt das Ziel. Das ist jetzt das Problem. Dir fehlt jetzt das Ziel. Warum sollst du jetzt weiterspielen? Nur um alles hochzukriden und fertig zu machen? Ist halt auch nicht so ein Zweck der Übung, oder? Weil wenn ich so den Ansporn habe, okay, ich will jetzt noch besser werden, um dem Boss richtig entgegentreten zu können. Das ist in Ordnung. Aber dass man jetzt halt gar nichts hat, auf das man sich in Anführungszeichen vorbereitet, durch das, was man macht in der Welt, das ist halt ein bisschen schade. Warum lädt das Spiel jetzt nicht? Spiel, willst du mich jetzt ärgern, oder? Alles idle drum? Spiel nicht. Warum nicht? So, Spiel. Ich muss jetzt hier das Erkett drücken, oder was? Hallo. Oh, komm schon, Spiel. Mach schon. Wir stören nicht mal die Kinderkrankheiten, die es technisch hat, im Endeffekt. So wie das, was ich eben sagte, dass man hätte eigentlich Cutscene aneinanderschneiden sollen. Naja, ist jetzt so, die haben es jetzt, dass es live gerendert wird in der Game Engine. Ist in Ordnung, kann man machen, aber das ist denn schon meckernd auf hohen Niveau, wenn ich sage, man hätte da eine vorgerenderte Sequenz nehmen können, um das komplett zu überbrücken. Weil wir könnten ja sowieso nichts machen. Aber nun gut, was ist denn jetzt Spiel? Skimm das Spiel, oder was? Mach gerade auch nichts, das Spiel. Was hast du jetzt noch? Oh, DPU-Auslastung 1,6%. Ja, das können wir noch bei schwarzem Bildschirm. Ach, ja. Aber ich lasse mal das Spiel abschmieren. Und warte denn noch mal neueren Arsch, Ben, äh, er sollte es ja hoffentlich gespeichert haben. Wenig Spiel. Wenig. Wie, du hast das nicht gespeichert. Der gibt's jetzt eher noch. Ich mach dem was kaum nicht noch. Mann, der war auch ein bisschen zu hart. Obwohl, beim zweiten Mal kann ich ja den mal auch normal stellen. Ich hab ihn jetzt auf Schwer geschafft. Muss ich mir ja nicht nochmal enttun. Wieder schon wieder da. Okay, wir sind auch nach dem Bus gekommen, das ist gut. Vielleicht hat er nur einen Schluck aufgehört, dass ich das wenig lande. noch mal. Gucken wir mal die Sequenz nochmal an. Ich sah es halt auch so aus, als ob jetzt hier was bei den Credits noch gefehlt hat. ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes spür mache nach Busbogen. dann geht's am sehr Used up. ich habe schon mal an den ich bin halt amobilien Hogwarts Legacy zu machen schon oder endlich mal Horizon auch eine Möglichkeit hast du einen Vorschlag in die Nähe, hau mal raus kann ich mal als nächstes Spiel aber kein Dorksholz-Stil und kein Elnery aber spiele ich nicht da bin ich zu schlecht für danke Mom ja klar, das war klar das letzte Demon's Souls Demon's Souls wird außerdem ohne A geschrieben und Sekiro, nein danke das ist für mich alles Dark Souls-like also Souls-like obwohl das ja nicht stimmt das hatten ja andere Spiele vorher schon ich brauch wieder irgendwas mit richtiger schöner Story ich weiß gar nicht und so die Geschichte das schön mitgenommen hat ja ich weiß Promsoft wäre die Publisher ja nur sowas ich weiß gar nicht, ist Promsoft ja jetzt eigentlich der Entwickler oder der Publisher ich mag Story Games also es sollten schon RPGs sein, die so richtig schön lang sind und so geht Ah, jetzt passiert was. Oh. Das hier ist mit Homer. Da ist Homer. Ich bin so busy in letzter Zeit. Tja, weißt du, war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Dämonen töten, das bleibt unter uns. Aber ich bin eine echt große Nummer. Ganz ehrlich, ich bin jetzt eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Ich meine, ich hab's ja nicht so mit dem ganzen Heldenkram, aber... Also, sag Richterin Burt einfach, dass ich ihren Rat befolgt hab, okay? Ich nutz mein Talent jetzt zum Wohle anderer. Sag ihr Danke für das Geburtstagsgeschenk. Ich hätte mich gerne persönlich bedankt, aber... Es ist wahrscheinlich besser, du richtest es ihr aus. Heute war echt ein ziemlich guter Tag. Wäre schön, wenn's so weitergeht. Aber wir wissen beide, dass es so nicht laufen wird. Hör zu. Wenn du je einsam bist, vergiss eins nicht. Denk immer dran. Du bist nicht allein. Selbst wenn niemand da ist, der dir hilft, du keinen Ausweg siehst und nicht weißt, was du tun sollst. Gib die Hoffnung nicht auf. Du glaubst vielleicht, das Leben wär sinnlos und... Es ist allen egal. Aber das stimmt nicht. Du wirst gebraucht. Selbst wenn du's nicht siehst. Und klar, jeder baut zwischendurch mal Mist. Aber irgendwann findest du den Heimweg, wie ich versprochen. Schau mich nur an. Tante Frey. Tochter Sintas. Beschützerin Aethias. Wir sehen uns mehr. Ehrenwort. Du kannst dich drauf verlassen. Geben wir jetzt etwa ein Homo DLC? Song of Horror, war das nicht das mit dem Apartmenthaus, wo du denn diese, deine Patienten da irgendwie da durchlaufen musst, wo du denn auch in so'n Kaufhaus bist und so? Das find ich eher immer ein bisschen so Walking Simulator. Also komm, wir beschleunigen. Was war das denn sonst so? Ich bin halt auch nicht der, der sich so Axis, also gar nicht so wie in dem Horror oder so, sondern... Ich bin halt auch nicht der, der sich so Axis, also gar nicht so wie in dem Horror oder so, sondern... Klar, ja, man kann sich manchmal vor Jahren so ein Spiel ein bisschen, aber... Wenn was Überraschendes kommt, aber ich bin halt auch kein Freund von so... Die denn... Wieso viele Streamer sind denn, die denn so übertrieben das machen? Kann ich nicht. Frey, Sipol blüht auf, seit du den Bruch vertrieben hast. Aber er ist noch da draußen. In allen Reichen. Und ich schaff's immer noch nicht, ihn loszuwerden. Wenn ich nur wüsste, wie's geht. Ich studiere weiterhin Vaters Notizen zur Umkehr des Bruchs. Vielleicht finden wir beide ja eine Lösung. Ich glaub, wenn jemand sie gekannt hätte, dann Bob. In der Tat. Weißt du, der Rat hätte dich gern als Mitglied. Dass wir am Leben sind, verdanken wir nur dir. Okay, hör mal. Glaub nicht, ich hätt das alles für Athia getan. Newsflash, so selbstlos bin ich echt nicht. Klar. Hey, also, die Nummer mit dem Rad, nichts für mich. Aber ich wüsste jemanden, der sich gut machen würde. Wen? Du! Dummerchen. Du hältst den Laden hier doch quasi zusammen. Du hast Mom. Du versorgst die Kranken. Du machst allen Mut. Ich kenn keine, die den Job besser machen könnte. Da bist du ja, Orden. Johedi sucht nach dir. Oh, äh, ja natürlich. Ist nicht wahr. Du wirst gebraucht. Na schön, dann bis später. Grüß, Joe, von mir. Und jetzt geht die Arbeit los. Mann, das ist ne Menge wild für eine Frau allein. Da ist es gut, dass ich nicht solo unterwegs bin. Stimmt doch, oder, Ralf? Nenn mich Armberge. Wo wir oben drin? Hä, warum gehst du raus aus dem Spiel? Spiel, das ist dumm. What the fuck? Was verdammt? Warum beendet das Spiel dann? Und geht es auf dem Spiel? Das ist so tof. Statt mal gleich reinzuladen, dass ich neu machen kann, weitermachen kann. So, wir haben jetzt also Ralf hier noch. Der sieht jetzt ein bisschen platt aus. Wahrscheinlich war aber den platt gekloppt, den Hund. Vorher war der ja so ein bisschen... Okay. Wo fange ich an? Was genau fangen wir an? Hast du vor, dich als eine Art Dienstbotin zu verdingen? Aber nein, du hast ja bestimmt einen grandiosen Titel dafür ausgedacht. Bruchwärterin? Damit das klar ist, wir fangen überhaupt nichts an. Ich benutze dich, um dein Chaos zu bereinigen. Hm, du weißt, dass das erst der Anfang ist. Du kannst mich nicht ewig im Zaum halten. Ich werde dich bald in den Wahnsinn treiben. Klar, viel Glück dabei. Bruchwärterin. Klingt nicht übel. Ja, du liebst meine Ideen. Ach, Klappe. So, ich werde mich jetzt wieder bewegen. Ich habe doch einen Haufen Zeug auf dieser Wende. Willst du das hierher denn? Nee, ich stehe hier nur vor ihr rumreif. Ich tue so, als ob. Ja, das ist das Problem wie immer noch. Mir fehlt dieses blöde Felsengras. Oh, dann hast du, was sie sagen. Oh, Frey, brichst du wieder auf? Nicht, dass ich mir Sorgen mache. Du kommst schon klar. Gute Reise. Okay. So, los, Wurfeln. Wurfelspiel. Versuch dein Glück doch morgen noch mal. Krieg ich doch also nicht. So, Kollege. Ich habe deine Kneipe gerettet. Jetzt tipp mir einen aus. Hört auf, zu lange zu überlegen. Schön zu sehen, dass sich hier rein gar nichts geändert hat. Ja, alles beim All. Hast du dir mittlerweile ein Bild von der Stadt machen können? Hatten wir das Thema schon? Ich glaube ja. Könnte mich irren. Egal. Wie gefällt sie dir nun? Nicht gerade enthusiastisch, aber ist schon gut. Egal. Hier, eine Kleinigkeit für die Retterin der Stadt. Ortel habe ich schon zigmal gespielt. Also, ich kenne niemanden, der Porto nicht macht. Oh, was ist das bitte? Ein paar Gewürze, die hier bei uns in Cipoll wachsen. Und eine Prise Inspiration. Okay, echt gut. Schmeckt's? Wollte nicht, dass es zu süß wird, weißt du? Es sollte ein bisschen bitter sein. Was denkst du? Schmeckt so das neue Cipoll? Auf jeden. Schenk ruhig nach. Und sein Name? Der Frey. Im Ernst jetzt? Ach, komm schon, du weißt, sowas hasse ich. Und das hätte sie schenken können, dass ich so, dass man bewegungstechnisch gelockt ist. Jetzt muss ich erst warten. Also, das ist zu köstlich. Ja, wirklich witzig. Nein. Stell dir vor, du schuftest den ganzen Tag und gönnst dir dann endlich am Abend ein Gläschen Nuarka Kleinkriminelle. Wenn du das nicht bleiben lässt, und zwar schnell, kriegen wir ein Problem. Äh, ich kenne Portal Stories. Das kenne ich. Also, vom Portal habe ich eigentlich alles gespielt. Ich habe ja schon zigmal mit Leuten im Koop gespielt. Gibt's hier was? Also, Fragezeichen. Was ist das Fragezeichen? Oh, das ist es. Cool. Ich könnte echt einen Snack gebrauchen. Ein Apfel am Tag? Frey zu stärken vermag. Ja, der Spruch wird nicht lustiger. Die ganze Stadt hilft beim Wiederaufbau. Und du? Lungerst herum, frei und ungebunden. Na toll, auf frischer Tat von Frau Lehrerin ertrappt. Ich würde gerne mit dir sprechen. Besuche mich in der Ratskammer. Und leg vorher bitte den Apfel wieder zurück. Oh, äh, klar. Ich bin halt wirklich so am Overlayen. Soll ich jetzt vielleicht erstmal die Spiele angehen, die ich noch hab, die ich noch, äh, machen muss? Also, sag mal, ich tapp mal kurz aus. Ähm. Also klar, ich würde zum Beispiel auch gerne mal... Ich weiß, dass solche Sachen alt sind. Also richtig alt. Ich würde halt, ja, Lebenjahn mal wieder Witcher Teil 1 spielen. Ah, wirklich den ganz alten. Aha. Ja, war nicht lustig. Alttöpfer. Wohl nicht. Also ich weiß nicht, kennst du Witcher 1? Dieses Top-Down-Spiel? Gerold? Das war gut. Habe ich damals ewig gesuchtet, als das rauskam 2-7. Eigentlich müsste ich mich auch irgendwann mal an Nino Kuni setzen. Das Spiel habe ich schon ewig noch nie gespielt. Das Spiel habe ich eigentlich aktuell gar keine Lust. Ich muss aber auch irgendwann mal wieder greifen. Wie gesagt, ich habe halt noch solche Sachen wie, äh, Biomutant noch umlinien. Müsste ich auch irgendwann mal fertig spielen. Aber dann würde ich neu anfangen. Skyrim hat nur erst. Oreise, Silver Dawn. Wie gesagt, eigentlich reizt mich ja Hogwarts, ne? Da habe ich immer so den Bedenken, dass, das, das, das haben sich alle, glaube ich, schon immer sehen, so in letzter Zeit. Wie gesagt, ich habe den Hogwarts so einen auf, äh, auf Voldemort machen, weißt du? Ich bin ein schöner Arscher-Charakter. Ich muss mal gucken. Oh, das wird mir schon infallen. Epic habe ich nämlich, glaube ich, auch noch Spiele rumliehen. Bei Gok. Einfach zu viele. War ich ein Epic? Oh, äh. Ne, 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 ne. Arc, Arc heißt ich wie die Pest? Arc, das ist so ein hässliches Spiel. Da mag vielleicht die Grundlehne-Grafik einigermaßen okay sein, aber die Menüs, das ist die Hölle. Da denkst du echt, hier hat sich Eno hier aus dem Wettbaukasten von 2000 bedient. Und Pokémon, ich konnte mit die Viecher nie was anfangen. Sorry. Ich habe die von der ganzen Serie vielleicht mal fünf Folgen oder so gesehen und habe mir immer so gedacht, bitte was? Was finden die alle an diesem furchtbaren Pikachu? Oh. Ja, gerade, ich habe gerade mal aufgemacht hier. Obwohl, ich müsste ja eigentlich, eigentlich muss ich ja sowieso noch ein Spiel spielen. Von Epic. Das schiebe ich schon eine ganze Weile vor mir her. Ach, hier, hör auf, mir installiert ein, so sei, hier mach weg den Scheiß. Irgendwann kann man mal zwischendurch, kann man mal abzumachen. Das dauert ja nicht lange, das ist ja bloß ein paar Stimmen. Oh ne, ähm, ich habe da ein Spiel, was ich so wirklich schon ein paar, ja eigentlich fast ein halbes Jahr vor mir her schiebe. Eigentlich auch leider, weil ich das eigentlich mit einem Kumpel spielen wollte, aber nun gut, das geht nicht mehr. Das wäre nämlich Tiny Tina. Na ja, ich satze um seine Gründe. Ne, Tiny Tina Wonderlands wollten wir nämlich zusammenspielen. Er ist, also, ein bisschen traurig, der ist halt vor anderthalb Monaten erst verstorben und da hatte ich das so ein bisschen so nach hinten gelegt. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt streamen, aber langsam kann man es mal wieder, ne. Boah, wir haben einfach als nächstes Tiny Tina Wonderlands spielen. Und Tiny Tina ist gut. Also, Tiny Tina als Charakter schon alleine. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich aktuell keinen Konen spiele, weißt du? Das hatte ich mit ihm zusammen gestreamt und das wollte ich dann erst mal pausieren. Aber jetzt langsam können wir mal wieder anfangen. Das habe ich nämlich immer mittwochs gemacht, bevor ich Atomic Heart angefangen habe. Nee, 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 nee. Da verwechselst du was. Ähm. Das, was du meinst, das ist, äh, Dragon Keep. Das war dieses Tabletop aus Teil 2, was man später als Standalone rausgebracht hat. Nee, nee, das nicht, sondern ein Nachfolgerspiel. Ein Extraspiel, was komplett konzipiert ist auf Tiny Tina. Das funktioniert auch anders als Dragon Keep. Also klar, es ist so mittelalterlich angehaucht, das ist da inspiriert von, aber das ist so wirklich großes, alleiniges Spiel davon. Auch mit neuen Waffentypen und alles sowas. Ja, da gibt's dann als Pistolen gibt's dann... Ja, dann werden wir das machen nächste Woche. Mal so ein bisschen Ausgleich bringen, weißt du? Ich will jetzt gleich wieder so ein... Obwohl. Hm. Dann mach ich so was dir mal aus, Tina. Von Marlins. Wolle ich hier mal den Trailer dazu? Ja, da kannst du dir nicht mal den Trailer zu angucken. Das ist richtig gut. So. Oh. Oh. Wollen wir mal ins Spiel. So. Gucken wir erstmal, was die hier von uns wollten. Mal nicht so lange von abkommen. Hallo? Warum? Ah ja, die Orden ist noch da, weißt du? Die putzt jetzt hier einen Fußboden. Wissen wir doch, was jetzt hier gleich kommt. Wir gehen da hin, sprechen mit der und machen dann den Vorschlag. Hier, nimm doch Orden als Ratsmitglied. Unsere Ding ist doch das jetzt. Du verstehst immer noch nicht den Wert eines einfachen Apfels, oder? Nun. Also, wie du siehst, selbst ein Stück Obst ist so wichtig für Ethias Zukunft wie... Okay, schon kapiert, schon kapiert. Lektion gelernt, merke ich mir. Gut. Nun, dann zum wahren Grund unseres Treffens. Da kommt noch mehr. Hat sie uns nicht genug gefoltert? Für dich. Was ist das? Liste der Verstorbenen. Bitte was? Sollen wir die jetzt alle beerdigen, oder was? Soll ich damit? Hier sind die Namen aufgeführt, weil den Toten diese Ehr wahrlich gewührt. Dies war unter den Dingen, die Tanta Praf mir vermacht hat. Es birgt eine harte Lektion. Den Frieden zu versprechen und zu bringen, sind zwei sehr verschiedene Dinge. Ich hoffe wirklich, dass wir nie wieder über Opfer sprechen müssen. Meine Worte haben wohl nicht viel bewirkt, schätze ich. Doch, ich bin froh, dass du ehrlich warst. So oder so, hier wird jedenfalls in nächster Zeit ganz bestimmt niemand mehr geopfert werden. Das Volk von Cipoll wird sein Versprechen an dich nicht so schnell vergessen. Tanta Frey. Ist es wirklich sinnvoll, so einen dicken Wälzer mit dir herumzuschleppen? Nicht wirklich, nein. Aber er ist deutlich wichtiger als eine Tasche voller Äpfel. Jetzt? Ich kann es nochmal mit dir katschen. Willst du je wieder über den wahren Wert eines Apfels belehrt werden, musst du es mir nur sagen. Es muss aber kein Apfel sein. Eine Zwiebel? Ja, ja, okay. Kann man gut sein. Um was hast du zu melden. Sprich halt nicht mit mir, guck mich bloß doof an. Ist klar. Ja, ich kann doch mit der Wache quatschen. Da bist du. Mach was. Sprich mit mir. Junge. Wir haben es hier wirklich nicht einfach, was? Geht doch. Besonders seit für Ratsfrau Dax die Verteidigung der Stadt von einer Pflicht zu einer wahren Obsession geworden ist. Deine Ankunft hat definitiv für Furore gesorgt. So, das wollte ich ja die ganze Zeit mal testen. Ist das jetzt eigentlich wirklich so, dass wir uns aussuchen können, für wen wir hier rundum rum reden wollen? Sag ich doch. Deine Tina ist immer gut. Ah, jetzt kann ich für Olivia, Olivia, Robian und die Panthers. Also, Bob. Mach mal einfach, Bob, Bob. Nächste Woche munter. Ne, moin. Oh, da muss ich das ja heute noch installieren. Hm. Genau, wo ist Bob, der Baumeister, wenn man ihn mal braucht. Scylla, Fraf, Ollas. Ja. Ich hörte Ethia. Versprochen. Aber bitte. Zeig mir wie. Hätte ich dich doch nur retten können. Ich weiß, es ist jetzt zu spät, aber ich hätte gern nur noch einmal mit dir gesprochen. Ich hätte jetzt gedacht, da ist, da kommen jetzt vielleicht ein paar andere Sachen. So, was hat denn der komische Olli Knutz da umzusorgen? Der leuchtet doch schon wie so ein Christbaumkugel. Ah, das funktioniert jetzt auch wieder. Tantas Segen sei mit dir. Die Stadt erwacht endlich zu neuem Leben. Seit der Zeit der Tantas war es hier nicht mehr so lebendig. Jo, nun. Dann seht mal zu, dass er was hinkriegt. Nicht, dass ich, ich bin hier nicht eure Putze. Die für euch bloß erfreut. Könnt mal schön mithelfen. Hat schon mit den anderen Knilch, jo, mit Reif zu tun, ja, mit den Lappen. Ne, und muss den jetzt die ganze Zeit noch mithucken. Also könnt ihr jetzt euch mal ein bisschen, ne, beteiligen. Da steht noch mehr rum. Wer bist du denn? Warum stehst du nur hier rum? Schönen Tag. Das ist die Mutter mit dem Kind. Warum hast du so einen Knutzer über den Kopf, Mädchen? Ach, du bist. Was ist los, Jo? Jetzt erzähl mal. Hau raus. Ja, genau. Abstand halten. Man merkt, das Spiel wurde zu Corona-Seiten entwickelt. Ups, was ist da passiert? Kommen die jetzt alle her? Will ich mich verarschen? Jetzt ist er immer, kommt die hierin geploppt oder was? Oh, was ist denn los, Joe? Weiß gar nicht, wann ich dich mal außerhalb des Archivs gesehen habe. Ich habe dich gesucht. Oh, oh, was ist los? Jetzt gibt's ja noch. Ich mache Recherchen zu Tanta Sinta. Ich dachte, da ist vielleicht was Nützliches im Archiv. Ähm, das ist ungewöhnlich nett von dir. Im Archiv erzähle ich dir mehr. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Warum kann man sich das in Spielen nicht abgewöhnen? Dieses... Ich könnte jetzt wetten, jetzt stehen wir im Archiv. Wenn sie dieses hin- und herspringen, das mag ich. Also, das haben viele Spiele. Aber das haben sie hier besprechen. In der Tat. Äh, ja, jetzt lauere nicht hin da. Reife auf, ich sehe den riesen Hinweis, das vor mir die Quest ist. Du musst mir hier nicht so ein Leuchtfeuer schnicken. Äh, Gürbe. So, mach auf. So, scho, scho, jetzt auch mal an. Was los, Mädchen? Ja, jetzt muss ich erst mal nicht drüber rumlaufen. Mann, nimm doch mal einen Fussend ab, dann ist der Weg nicht so weit. Wie kann ich sie denn jetzt ansprechen? Von hier? Ja, von hier. Ja. Es handelt vom Fall von Genun. Dem Autor nach war... Tanta Sinta. Damals. Hochschwanger. Okay. Wenn du mit ihm sprichst, erfährst du vielleicht mehr über deine Vergangenheit. Wer hat's geschrieben? Jen Nash. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, leider ja. Nimm das Buch ruhig mit. Muss ich jetzt da auf dem Turm oder hochkraxeln oder was? Habt ihr die wieder in die Kärchert? Äh, in die Knasse. Ungefährscht. Na, das sind ja ganz neue Seiten. Buchstäblich. Warum ausgerechnet Jen Nash? Das ist echt das Letzte, was ich tun will. Aber ich muss ihn einfach fragen. Wie steht denn hier noch rum? Da steht noch so ein komischer Schütfell rum. Wer bist denn du? Junge, was machst du hier? Ja, wackel mit der Arme. Ja, und? Kommt da noch was? Willst du mir was sagen? Sprich dich aus, Junge. Ich hör dich zu. Okay, halt nicht. Bist halt taubstumm. Du wirst es nicht glauben, aber die Leute kommen herein und fragen nach Büchern zum Lesen. Ach nee. Ich bin ganz außer mir vor Freude. Guck an. Also, dass die Charaktere... Ich weiß nicht, wann haben die das reingepatcht, dass die jetzt so heil leuchten? Sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Vielen Dank. Hallo, Janusz. Jetzt komme ich. Jetzt grüßt du erst mal weg, mein Freund. Peter erzählt uns jetzt nichts, du warst. Ich bin mal ein bisschen freundlicher. Wir müssen uns jetzt hier nämlich nicht wieder anruppeln, wie sonst. Der olle Pessimist. Und wie fühlt es sich an, sie Pauls Heldin zu sein? Junge, du sitzt hier an der Lüft. Dir zu Füßen zu liegen. Wie nett. Sie haben vergessen, dass sie dir misstrauten, dich fürchteten, dich verfluchten. Ich muss dich etwas fragen. Du wusstest von Sinters Kind. Wusstest du, dass ich das bin? Darum geht es dir also. Also gut. Stell deine Fragen. Über derlei Dinge weiß ich nichts. Der alte Narobian hätte das vielleicht. Sinta hat dir nichts von ihm erzählt? Dass er aus einer anderen Welt stammte? Wie gesagt, ich weiß davon gar nichts. Aber er muss deine Mutter schwer beeindruckt haben. So schwer, dass sie ihre Pflichten völlig aus den Augen verlor. Wie konnten sie so blind sein? Ich habe diese Augen sofort erkannt. Du hast sie von deiner Mutter. Und ich hasse sie ganz genauso. Aber wie kommt es dann, dass sonst niemand Bescheid wusste? Soweit uns bekannt war, war noch nie eine Tanta schwanger gewesen. Also haben wir geschwiegen. Nur ich, Robian und einige ihrer Gefolgsleute waren eingeweiht. Obwohl ich das jetzt bereue. Es gab eine Zeit, da war Sintas Liebe zu Aethi Aschir endlos. Grenzenlos. Doch dann wuchst du in ihr heran. Ihre Liebe war geschmälert. Und wir waren verlassen. Ihre Zuneigung und Hingabe galten nicht mehr allein ihrem Volk. Nein, wir mussten sie uns mit dir teilen. Das stimmt nicht. Sie hat die Stadt evakuiert und... Wo war sie, als die Verderbnis mit aller Härte zuschlug? Als Furcht das Volk befiel wie eine Seuche? Jahrelang quälte es mich. Warum hat sie uns verlassen? Doch als ich erkannte, wer du bist, wusste ich es. Sie überließ uns dem Tod. Und sie rettete nur dich. Ich erwarte nicht, dass gerade du das verstehst. Janun, einst ein Reich der Wunder, der Liebe, wurde von seiner Tante verlassen, lang bevor sie den Verstand verlor. Wahr ist das dann? Nicht ganz. Warum erzählst du mir das alles? Ja, Phyllis bekommen eifersüchtig. Du hast die Stadt gerettet und ich habe mich revanchiert. Ich habe noch etwas für dich. Hä? Wenn wir uns nicht mehr sehen, ist dies hier mein Abschiedsgeschenk. Okay, wenn es ein Schlüssel ist, was kann das sein? Kann ja eigentlich nur Burg Genun sein, ne? Was dieser Schlüssel wohl öffnet? Wenn er hier in der Stadt nirgends passt, dann vielleicht im Genun irgendwo. Sag ich schon. Finden wir es raus. Ja, aber das war, äh, jetzt merkt man so richtig, dass er so zu Mut eifersüchtig ist, was den Typen treibt. So auch so ein bisschen Baller. Wie kann man eifersüchtig für ein Kind sein? What the fuck? Was ist mit dem verkehrt? Der ist doch nicht eine glatte Birne. Den haben sie wahrscheinlich als Kind so heiß gewickelt oder so, äh, geheißen Badets. Und Klammerbeutel gepudert. Hä? Ein schwemender Punkt. Lass mich raten, hier wurden Leute nicht geladen. Ja, da wurden Leute nicht geladen. Stimmt's? Jetzt steht da wer. Na klar. Schon ein bisschen witzig. Oh, Frey, jetzt machen wir hier Hacken, Jas, Mäischen. Wir müssen da raus aus Droh. Ist das Droh jetzt? Moment, ist das jetzt das Droh hier vorne, was jetzt verfügbar ist oder was? Aus. Bums, bums. Hör doch auf so blöd rum zu klettern, Mädchen. Nee, wir müssen da lang. Huch, was denn das? Hallo? Stadt, bist du kaputt oder was? Ich hab die Stadt kaputt gemacht. Das tut mir leid. Ich wusste ja nicht, dass er solche Ausmaß hat, was Reif so von der Scheiße baut. Ah, jetzt. Okay, Glück gehabt. So, ich find das schon ein bisschen witzig. Wenn sowas passiert. Also, sowas stört mich zum Beispiel nicht, wenn sowas ins Spiel passiert. Ich find das eher witzig. Aber das sind halt so kleine technische Sachen. Passiert halt. Komm mal auf jetzt. Na, jetzt streng dich an, Mädchen. Ja, ja. Also, die letzten Patches ist irgendwas gewaltig schief gelaufen. So, darf ich jetzt wo noch? Uh. Dann, guck mal da unten. Ja, Match-Textur rum. Fliehende Dinge ist da ein Haus, wo ich nicht durch kann. Doch, ich kann trotzdem durchrennen. Ja, haha. Was haben die getan? Sorry, aber. Die Patches, die sind halt wirklich doof. Also, das erste Mal, wo ich das Spiel gestartet habe, das lief super. Aber von Patch zu Patch läuft es. Hat es mehr Macken. Also, irgendwas machen die. Tronimo. Nein. Du sollst landen. So. Lups. Diesen komischen Juniper-Rabs. Den hat auch keiner. Ach jo, das ist ja jetzt vom Anfang, wo ich kann. Ja, das ist immer nach Patches gewesen, dass dann auf einmal irgendwas exzessiv lange brauchte. Das hat am Anfang, wie gesagt, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, hatte ich das gar nicht. Da gab es das einfach nicht, dass ich laden musste. Wie gesagt, ich habe am Anfang auch auf Ultra gespielt. Ich musste jetzt zum Ende des Spiels immer weiter die Grafik runterschrauben, weil es immer mehr Macken gemacht hat. Hallo, Freunde. Oh, hallo. Und warum kann ich die Tore nicht öffnen? Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da bei dem Patch ist, was ganz gewaltig schiefläuft. Wo der nicht läuft, sondern gelaufen ist. Ist das hier? Ja, eine Kiste. Komm, dich nehmen wir mit. Hallo? Was ist denn das? Okay, halt nicht. Und schickt mir jetzt bloß keine Albträume. Das sieht ja schon wieder so aus, so bescheuert. Hallo, Freunde. Oh, Mann, die ist wirklich stärker, ey. Ey, der Witz, gar. Moment, da lag was. Was war das? Oh, ich kann ja jetzt... Wenn ich jetzt mal rumlohme, kann ich einfach das normal nehmen. Boah, ich jetzt? Was sag ich's noch? Jetzt schickt mir bloß keine Albträume. Hab ich keinen Bock drauf. Haut ab! Ihr seid scheiße! Ihr stinkt nach Maggi. Haut ab! Ja? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Weil ich nur weht hab. Vieles hat hier nicht geladen. Ah, jetzt... Ich jetzt... Ich jetzt... Das war ein super Iron-Home. Okay. Hah! Ja! Ha ha! Mach mal eigentlich halblang, ne? Ich bin jetzt hier Chef und ihr nicht mehr. Wisst euch. Das ist kein Schloss, das ist ein Burk-Mädchen. Das ist Burk-Mädchen und die Schlösschen. Ist das hier auch keine Ahnung oder was? Hallo? Ja, das Highlighten sieht wirklich doof aus. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also ich hätte es ja verstanden, wenn man so Personen so schlecht gesehen hätte, mit denen man interagieren kann, aber das ist ja nicht so. Die waren immer gut zu sehen. Also diese kleinen Kreischen hat man immer schön gesehen. War nicht aufdringlich nix. So, guck mal, die weiße Frau. Jetzt haben wir es auch noch mit Geistern zu tun. Wo willst du denn hin? Ich will vermutlich, dass du ihr folgst. Ach ne. Ich werde jetzt nie drauf gekommen ohne deinen unqualifizierten Kommentar, Kollege. So. Ah ja, hier waren wir ja schon mal. Hier waren wir ja schon mal. Nicht, nicht runterfallen, Mann. Hoch da, Mädchen. Und zwar ein bisschen schneller. Ja, aber sowas hätte ich nie gefixt oder so. Das ist halt Bullshit, weißt du? Da hätte ich lieber meine Zeit auf andere Sachen. So dieses, mit diesen Audiosachen, was ich vorhin meinte. Diese unnötigen Pausen. Da hätte ich dran gearbeitet. Ich muss mal grad was an... Moment mal, bevor ich jetzt hier lang gehe, ne? Ja, gut und schön. Aber wenn ich schon mal hier oben bin. So, was war das hier hinter? Nein. Da war es bloß ne alte Münze, ey. Scheißen. So Mutti, jetzt zeig ich mal, was hast denn du da für mich? Ich will hier hin. Aha, ein Manchimälder. Nochmal. Das Schlüsselloch. Da ist ein Schlüsselloch. Dafür ist der mysteriöse Schlüssel wohl gedacht. Hey, ist das... Was ist das Bild hin? Hast du das Bild hin? Hast du das Bild jetzt weggeschmissen, Mädchen? Zwei unbezahlbare Künste kannst du auch nicht ein Bild wegschmeißen. Mach man doch nicht. Vielleicht hättest du das noch verhölkern können. Wenn du irgendwann vielleicht mal wieder nach New York kommst. Eine Spieluhr. Dieses Lied. Sinters Schlaflied. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's. Was ist das? Was ist das? Das war's. Was weiß ich nicht. Warum weinst du denn, Elfri? Aber du hast wohl schon oft geweint, nicht wahr? Es tut mir so leid. Ach, ich habe mir das schon lange gewünscht. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich beschütze Elfri, ihr Mann. Versprochen. Ich liebe dich. Es gibt ein paar Orte, die ich besuchen will. Ach, wirklich? Warum denn, wenn ich fragen darf? Vielleicht lerne ich noch was, wenn ich mein Können auf die Probe stelle. Wenn ich raten, jetzt muss ich immer mit diesen Boss-Mops kämpfen, oder was? Geht das jetzt? Ab und zwar so. Ne, wir können ja gleiten. Kommt raus hier, Knilchel. Kann ich mal ein bisschen Abstand aufbauen? So, klingt jetzt ideal. Ne, halt die Klappe. Das machen wir jetzt. Jungs, bleibt ruhig. Mann, ich pack viele Viecher weg, oder? Warte, das Pfeffer tut weh. Ja, ich pack viele Viecher weg, oder? Gott, wirklich nur das. Was ist denn? Du Kack-Einhorn, hau ab, Mann! Ich hab ja schon immer ne Abneigung gegen Einhorn gehabt, ne? Weiß ich, wie man die Dinger-Viecher toll finden kann. Komm jetzt her! Runter da! Arschgeige! So, geht doch! So, Kram zu sammeln? Ups! Hä? Was ist denn das? Was macht das denn hier? Geht da noch um? Ach, das ist nicht. Oder du bist? Ne. Was ist denn hier? Kann ich da los? Kann ich da durch? Ähm... Oh, ist ja irre hier. Oh, 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 oh. Willst du looten? Sind wir gleich da? Nein, dauert noch. Boah, diese Kiste sind doch rotz, oder nicht? Wenn da ein, eine Flötenblume, ein Küstenpfeilchen drin ist, wollt ihr mich verarschen, oder wird... Das ist unser Loot stelle ich mir ein bisschen was anderes vor. Hier gibt zwar keine Monster. Machst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Und das war ne Kiste? Ist das ne Rätselkiste ohne Rätsel? Okay, unvergleichbar. Na, das wollen wir auch mal sehen. Quatsch. Das macht nen unvergleichbar. Was denn der überhaupt? Ist das der? Okay, das ist wirklich nicht schlecht. Ne, die müssen wir vielleicht mal aufrüsten. Oder den werde ich für mich privat mal aufrüsten. Ja, ebischer Loot, ja. Ebischer Fail-Loot. Das wär's, trifft's wohl, glaub ich, eher. Das hab ich auch noch ne Heilskette gekriegt von wem? Was denn dat von Ding? Sessionskonto krieg ich sowieso nicht hin. Ist jetzt hier noch was? Ne, warte mal. Erstmal gucken, was... Was macht n' die Tür, Jo? Ne, warte mal. Erstmal gucken, was... Was macht n' die Tür, Jo? Was macht n' das Portal, wenn ich da jetzt nochmal durch hehe? Ich einfach nur zurück, ne? Hat das jetzt nur dafür gesorgt, dass ich da reinkam, hier in die Bude, Jo? Das war doch der Bau, oder nicht? Klar. Okay. Okay. Ja, können wir machen. Wo können wir noch hin schlawendeln? Ah, das kann Sinn, dass, äh, dass es erst dadurch geht. Ja komm, dann gehen wir mal hier und die zwei Steinchen und dann gehen wir mal da hoch. Dann gucken wir mal. Äh, was hab ich eigentlich gemocht da? Aha, hier ist auch ein Feind in der Nähe. Das wird mich jetzt auch grad mal interessieren. Jetzt haben wir ja hier unten so ne Mutante, ne? Da war Magie. Wo wartest du? War das nur das da, oder bin ich an denen vorbei hier ran? Das bist... Das seid ihr ja. Oh, hallo ab mit den scheiß Uniper. Das war's. Noch mehr von den Uniper-Rabs. Wer ist denn das? Mach dich auf was gefasst! Achtung! Uniper-Frau Weniger-Frau Ha! Kann schon rüber gehauen? Boah! Junge! Du sollst hier nicht rumkotzen! Ist ja ekelhaft! Was denkst du dich dabei? Kommt doch hier auch nicht einfach an, nachdem ich so viel gesagt habe und verziehen sie sich. Nicht schlecht! Oh, komm schon! Älter kleiner Kurzfroger. Bist du nämlich fast down? Kannst nisch gehen, dude! Komm schon mal! käme es aber auch ein bisschen dann extra wild mehr wir planen eier ich muss den richtigen zeitpunkt abwarten der ist kaputt es 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 ja auch dafür wenden in den installieren so ein spiel das ist nicht schlimm auch ein erster autobus 20 minuten also ist das schlimm wie ich jetzt hier unterspringen wir wollen wir nicht das ist das schöne bei dem shadow pc hier ich habe das nicht so weil 150 gigabyte ist eigentlich ein blitz also auch das runterladen dass das braucht irgendwie 20 minuten runterladen den ganzen krams also das geht ich glaube ich habe sowieso noch 300 oder 400 frei also das war das denn Vorsicht! Oh, der Sperr macht jetzt richtig Spaß. Ach, kack viel, oder? Wo haben wir es jetzt? Wollt ihr bloß gucken, was hier ist? Ach, hier braucht es ein Kistchen. Einen Felsenkrass, ich habe schon acht Felsenkrass, das denkst du dir nicht aus. Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt kann ich alles aufrüsten. Oh Mann, oh Mann! Oh, guck mal, das ist eine schöne Matschtextur. Da haben wir doch gleich wieder irgendwo was zu laden. Hallo, wer hat... Oh Leute, irgendwo in der Ruhe! Ich kümmere mich gleich um euch Frums Frums Vorrück kaputt Vorrück kaputt Vorrück kaputt Fall auf die 12 Hey, könntest du bitte mal angreifen Weg mit dich Kackpohre So Freunde, können wir jetzt hier uns bitte mal alle zusammenfinden? Ich hab da was für euch Ich würde euch was heilen Ist wichtig, kommt schon Kommt mal alle hier ran Auf den Meter Okay Okay, du bist ein Spielverderber, Junge Die sind... Ne, der eine ist ein Spielverderber Den mag ich nicht Jep Hm Jep Hm Juhu, alter 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 ... Irgendwo ist hier noch einer. Ach da hinten ist noch einer. Nichts mehr sehen. Na fang! Oh! 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 Das war schon. Oh! 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 Und hier angekommen! Oh! 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 Arsch. Ruhig mal umfallen können. Hier, nimm das. Wasserbombenschlag. Ist der Fotosport hier nicht irgendwo? Also ich könnte mir vorstellen, dass der hier ist. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. Ach nee, ich muss mal ein Stück. Ich muss noch ein Stückchen. Tschöne Mo. Fertig. Das muss reichen. Das muss reichen. Oh nein. 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 rückspfeilen habe ich jetzt genau gesehen was das jetzt zeigt mir was was keine absolute zeitverschwendung ist und christian ich kann keine wunder bewirken ja ja Verdammt, wäre ich nur da gewesen. Sicherlich hättest du die Heldin gespielt, aber dafür ist es zu spät. Da hinten, wo steht das Gästchen aus der Jopferung? Wir schweben nicht. Mittlerweile in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Das war's für mich. Das war's für mich. hey felsen grau sie kommst denn kann man sich ja vor wie im anfangsgebiet nur so viel magie herumliegt scheint alles zu schreien bleibt bloß draußen nicht ich immer das reiner klatschen auch mal alle drinnen weg wie alt das alles wohl ist Ah, guck mal, hier vorne liegt was. Hey, komm schon her. Oder habt ihr Angst? Zeig denen, wie es gemacht wird. Was haben die für ein Problem? Ach, die sind echt nervig. Wow. Komm. Achtung. Du kommst ja da oben schön runter. Wo bist du? Was ist das denn jetzt? Stage Diving oder was? Komm runter da. Ah, du kackt dich. Geh mal her, den Scheiß halt dran. Da oben ist es. Er ist der nächste Weg. Ah, das ist ein Loth. Das ist so komisch, dass ich sie mache. Kann sein, dass ich ein Aggressionsproblem habe, mit Schubmagie, du könntest langsamer auf und aufladen. So Freunde, komm her, noch eine Prozesse. Okay, wenn er mich da lang schickt, gehe ich da nicht lang. Wenn er will, dass ich gerade ausgehe, dann gehe ich erst mal hier runter. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Ja, ja. Ja, ich bin leider. Ja, ich bin leider. Ich bin leider. Was ist das denn, den? Achso. Puh, ich muss mal kurz meine Augen ausruhen. Was haben wir hier? Fünf alte Münzen. So viele alte Münzen, wie wir jetzt haben. Wir können da ja auch nicht mehr verkaufen, ne? Chironi-wo! Puh, wie? Ich will jetzt nichts mehr bringen, weil wir schon alles freigeschaltet haben. Da ist noch irgendwas. Was bist du? Neidrang? Ne, ne Flötenblume. Wie ein Flöderich. Ja, da ist nichts mehr sein. Ist hier drüben noch. Da ist noch was. Oh, haben sie sich da eigentlich nicht irgendwas überlegt, was man jetzt stattdessen mit der Magie anfangen kann? Das finde ich bei Valhalla fand ich das gut. Ähm, also Assassin's Creed. Ähm, da hast du es halt so gemacht, wenn du schon alles voll hattest, an Fähigkeitspunkten. Dann hast du halt einfach so einen generellen. Ach, die kriegst du es ein. Yes, na endlich. Gut gemacht. Schätze ich. Ne, so könnte man halt immer noch weiterleveln. Es hat so ein bisschen was gebracht. Aber hier ist halt so... Joa, ich sammle die Magie. Warum? Joa, weil sie da ist. Ein bisschen schade. Oh, kriegen wir jetzt wieder Feuerholz? Ja. 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 Es will einfach nicht brennen, was? Ich schmeiß noch ein Ast rein. Ah, da muss ich gleich mal gucken, was ich davon brauche. Was? Moment, ich hab 290? Bitte was? Wo sind die her gekommen? Achso, von 290. Achso. Oh. was? Was ist das? Was ist das? Oh ja. Jaja, hol ich trotzdem aus den Kindergegnern in der Nähe. Los geht's. Moment, was ist das? Hast du nix dazu zu sagen? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Zu dem Fieber gar nix. Was ist das? 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 Okay. Was ist das? 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 Das wird das? Ich werde umgeben, den Kämpfen. Das habe ich nicht. Ich habe den Gegner nicht. Ist doch immun gegen alles, oder nicht? Na! Freie rennen! Oh, ja. Oh, ja. Jep. Okay, Wattenschein, das Wasser haben. Also. Na also. Voll auf die Zwölf. Wow. Okay. Okay. Ah, okay. Hey, das ist nur im richtigen Moment angreifbar, wie es aussieht. Jetzt. Ne, jetzt auch nicht. Das ist ja bloß von einer Seite aus angreifbar. Uiuiui. Vorsicht! Ja. 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 Das ist ja auch noch ein Wunder, oder? Ach, jetzt habe ich den gerafft. Ja, ja, komm, Freunde, lass mich mal in Ruhe, ich muss den mal kurz platt machen. Tschüss. Nein! Bitte nicht! Doch, hat geklappt. Oh, Glück gehabt. Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, war der anfällig, wenn der seine Form gewechselt hat, musste man darauf achten, welche Form und dementsprechend die Magie ausrüsten. Okay. Ah, ich probiere noch was, oder? Ja. Dann bin ich auch wundervoll. Dann holen wir uns mal unseren Umhang. Na los, Ausdauer, komm. Bums. 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 Oh ja. Was lachen da rum? Das war aber glücklich bloß ein Heiltrank. Der Idiot fliegt immer noch an der Lampe. Die zwei Kratzen dann putzt von der Wand. Nur Schaden machen die Viecher. Da liegt ja jetzt auch eine drin. Verhochkant. What the fuck? Was ist mit den Katzen verkehrt? Hab grad etwas Zeit. Könnte was lesen. Oh was fertig in den Krams? Ne. Hätt ja klappen können. So schlafen will ich nicht raus hier. Bisschen gucken wir noch und dann machen wir Feierabend vielleicht. Weitere. Das scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Jetzt ergibt dieser Spruch auch Sinn, ne? Mit, solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Den hätten sie sich vielleicht sparen sollen, ne? Vorher klang der halt so komisch, so. Ja. Ah ja, das ist ja wahrscheinlich eine Herausforderung, sie lenden nur leid. Da ist ne Höhle. Ja. Ich weiß nicht, deinen Schlamassel aufräumen vielleicht? Ach, es ist doch so schön zu sehen, dass du immer noch Feuer hast. Tu, was ich dir sage, wenn ich's dir sage. Okay? Okay. Hey, das hier sieht echt einmalig aus. Hab ich Zeit für ein Bild? Das wird genial so. Ein Bild noch und dann erzählen uns die Kinder, dass wir noch 20 sammeln müssen. Okay. 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 Was hat ein Krokodoks? Ich glaub, die waren gegen Feuer, ne? Oh, Alter. Japp. Ich krieg ihn das letzte Mal bitte, ja? Ich krieg ihn das letzte Mal bitte. Oh! Oh, come, Sean! Das stimmt ja, das war ja noch was, ich könnte ihn ja noch entladen! Oh, grillt das Krokodil! Okay, jetzt ist es ein bisschen dolle knusprig. Die Höhle muss ich noch hin und da ist noch ein Klobbo. Noch irgendwas? Oh ja, da ist später noch. Okay, da kriege ich sogar noch ein Zauber. Yeah! Ja. Oh, jetzt noch mal was da, Sam. Oh! Oh! Scheißen! Ich habe die Bärle auch nicht mit, die kriege ich im Erdmoment. Ich habe mich geschreif 320 Bauj. converting Jungs bleibt fuillig. Okay, yep. Das hat eben hergebracht. Ich glaube, das bringt bloß was gegen 1... Jungs! Aufstehen lassen! Da ist er kaputt. Nö, da ist noch wer. Du kommst her! Dicker! Jogi, komm ran hier auf den Meter! Jogi, ich hol mich dich! Nee, das war's Falsche. Das wollte ich. Jogi, herkommen! Jep! Oh, Jogi, ich bin's weg aufm Arsch! Uh! Oh, Jogi, ich bin's weg... Jogi, ich bin's weg... Ah! 구�êm! Ah! Ah... Ah! 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 Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Ich drehe dir das Rücher ein. Hauptsache, sie lässt dich nicht umbringen. Ich bin da noch so ein Lumpierbruch, so wie ihr lebt. Ich glaube, ich fass es nicht. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. Ich bin da nicht so sicher. Ich bin da oben auf dem Bumi gesetzt, oder was? Hier ist nix. Och nö, nicht schon mal der Albträume. Ist doch langweilig. Die sind doch bloß so nervig. Ja, ich bin da oben auf. was fallen lassen was 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 Äh, geht das so gut? Sehe ich so aus, verdammt? Der nächste Treffer tut weh. Der nächste Treffer tut weh. Willst du das jetzt mitgenommen oder nicht? Ja, halt so. Soll ich hier noch ein Gegner sein? Warte mal da. Was ist das Schlatter wie ich? Komm runter da! Was ist das denn? Okay. Ich bin weg. Alter! Ach komm! Haha! Ach komm! Ach komm! Ach komm! Ach komm! Ach komm! Na also! Oh! Ich glaub das wäre abgehakt. Ach komm! Ach komm! Oh, Alter! Oh, Alter! Ich grau's hier da drum vor diese komische Flattermann, ne? Ich hasse ja die Viecher wie die Pesten. Alles was fliegt in dem Spiel, jung. Okay! Okay! Oh, Alter! 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 Ach komm! Was ist das da drum überhaupt? Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger geweckt. Was ist das? Ja! Okay! Vorsicht! Ich bin durch! Auf den Kopf! Das war's! ... ... ... ... ... jetzt hole ich mir erst mal das davon in nardesign und in zauber ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jogi, was geht ab? Wird ich laut, oder was? 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 Oh, fast perfekter Halskette. Ähm, wo ist das? Wird ich laut, oder was? Wird ich laut, oder was? Wird ich laut, oder was? Was holt ihr da das Hüls? Mädchen. Geht mit 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 slope, oder? Tief, oder? Tief, oder? Wird das? ja los, so kackt sich ja auch genau, kommt mal schön einzeln nach oben also schön einzeln vor die Fresse vorsicht ok ok ich hab was gefasst oh komm schon was auch so hinläuft was sagt sich so leicht volltreffer volltreffer ist noch ein gutes stück oder nicht mehr als soweit das war glücklich das Feuerhaut Du blödes Flutterpich. Oh, was willst du denn? Oh, was willst du denn? Hmm. Okay. Oh. 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 Ja. War das das jetzt hier vorne die Markierung? Ne. Da. Ach da hin. Oh, schon wurde Albträume. Oh, ja. Oh, ja. Der nächste Treffer tut weh. Lass mich nicht in der Fluss. Die andere irgendwie noch mit. Ich glaub nicht, ne. Ne, der hat zwar aber lebt. Oh, helfe! Oh, ja. Oh, ja. Ich muss wohl irgendwie nach da oben kommen. Hm. Dann komm ich noch ein Stück her. Ah, ja. Ah, jetzt kommen die Albträume. Jetzt hab ich eigentlich woanders erwartet. Warte mal, da sind doch die Arschlecken. Hm. Achtung, nicht unnötig verausgaben. Das tue ich selten, ehrlich gesagt. Nicht schlecht! Ich kriege es nicht. Oh, ja. Haha. Ah. Was ist das? Junge, mach mal hier keine dicke Welle. Oh ja! 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 Ah, hier. Ah. 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 Oh. Ah. Ok. Ah. Ah. Die Auslage waren schon. Was denn hier passiert? Ist hier ein riesen Fass mit Heildrängen explodiert? Oder was? Was verdammt? Was wollte ich noch mal machen? Ach, der ist maximal. Oh, der ist auch maximal. Was brauche ich mit dem Rest von den Teilgruppen? Na, 20 Heildrängen gönnt man uns nicht im Spiel. Okay. Und diese Fels sind krass Mängel. Und diese Fels sind krass. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mal sehen, was Gutes dabei ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine interessante Wahl Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020